Jo, hallo, servus und hallo, ich habe mal in meinem Archiv nachgeschaut, was ich da so schönes habe, und da habe ich eine Datei gefunden mit dem Namen 1. Fortnite-Spiel. Und ich habe nachgeschaut, es ist wirklich mein allererstes Fortnite-Battle-Royal-Spiel, wo ich, ich habe vorher noch überhaupt nicht gespielt gehabt, und allein die ersten Besitzer, die ich in dem Video gleich sage, sind nach der heutigen Stand ziemlich lustig. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, deswegen bin ich ein allererstes Fortnite-Spiel, es sieht dementsprechend sehr alt aus, und ja, ich hoffe, euch gefällt es, bis dann. Wollte ich sagen, wir starten gleich mal. Wollte ich nicht, ob wir überhaupt das Spiel finden, weil das Spiel ist relativ, ich würde mal sagen, unbekannt. Was ich, ich kann euch das sagen, ob es schade ist, dass es unbekannt ist, weil ich habe es nicht gespielt. Naja, das da unten ist die Map, und wie ein Player an und Spellagrand. Verkleinert sich diese Map durch eine Wolke, und, ja, die springt jetzt alle mal raus, aber das ist, glaube ich, noch nicht so klug, klug. Ich warte noch ein bisschen. Okay, die Fall ist schon ein bisschen geil. Es ist also ein bisschen, quietschebunter. Schaut, ihr habt das schon in Gegnern gesehen. Aber ich hätte vielleicht nicht direkt in die Stadt fahren sollen. Gleichter Bedingung auch, okay. Okay, ich gebe, wie gesagt, das erste Spiel in die Runde. Ich hoffe jetzt einfach nur. Okay, das sieht gut aus. Ah, okay. Ich sehe da wen. Soll ich schon schießen? Ich plünde mal zuerst hier weiter. Ja, sehr gut. Ah, genau, da muss ich Munition so einzeln aufheben, das ist sehr gut. Ich verstand es mich, dass ich das mal hier im Haus... Was ist denn das hier? Deckenzapper. Keine Ahnung. Ah, genau, es gibt das Spiel doch Fallen, genau. Das wird eben ich auch schon gehört. Was es im PUBG, glaube ich, nicht gibt zu fallen. Okay, ich mache jetzt hier mal zu. Und schaue kurz auf die Karte. Kann ich die nicht vergrößern? Ah, hier. Oh, ich kann Gesten machen. Ich bin im Moment im Bereich noch. Ich würde sagen, ich bleibe auch erst mal hier. Ich habe jetzt auch entdeckt, gerade, dass man hier ja auch sofort bauen kann. Das heißt, auf Fortnite. Und da kann man... Moment. Okay, hier sind noch Sachen. Das heißt, hier war noch niemand. Und die schaut irgendwie besser aus. Oh, was ist denn das hier? Oh, was sind das für keine Waffen hier? Okay. Aber da blicke ich noch nicht ganz durch. Ich versuche jetzt erstmal hier zu leben. Okay, ich kenne mich mit der Steuern auch noch nicht so ganz aus. Ich probiere jetzt nicht mal was. Ich gehe jetzt vielleicht drauf, aber egal. Ja, genau. Hier kann ich eine Mauer bauen. Zum Beispiel jetzt. Oder eine Treppe. Bauen wir mal eine Treppe hier. Also. Dafür bräuchte ich jetzt was. Wie ich jetzt da Ziegelstellen bekomme, weiß ich auch noch nicht. Da muss ich erst schauen. Schauen wir mal auf die Karte. Okay, im Moment bin ich noch im guten Bereich. Ich höre was. Probier mal die Waffe kurz aus. Okay, die ist laut. Gehen wir mal weiter in die Mitte. Ich möchte halt auch irgendwie eine Option, wo man sehen kann, wie viele Leute noch da sind. Ich würde mal behaupten, es sind 39. Also, na gut, eine Squall-Liste wird es wohl nicht noch nicht geben. 39 sind noch da. Ich schätze mal, die meisten sind auch hier in der Nähe. Ich sehe da vorne zum Beispiel wen. Das sehe ich mindestens zwei. Okay, nehmen wir mal eine, die was ein bisschen weiter weg geht. Das erinnert mich ein bisschen zu den Gartenwaffen von zwei Maps. Ah, eins Maps. Da sind wir in die Faust drin. Oh, das ist ja drei Schuss. Oh, fuck. Wir schafft. Oh, ein Mediapack oder so wäre ganz nice. Gibt's bestimmt auch. Ah, da ist zum... Ah, da ist Eisen drin. Okay. Wow, da hat er einiges. Ich hatte praktisch nichts, aber da im Haus ist jemand drin. Soll ich zuerst... Wenn ich nur wüsste, wie man Mediapacks einsetzt. Ich habe gerade jemand in der Tür aufgemacht. Und da oben geht die ganze Zeit jemand rum und rum. Es muss doch irgendwo ein Inventar geben. Nee, hier nicht. Ja, hier gibt's ein Inventar. Ah! Fuck. Fuck. Ich mache irgendwas. So. Ich habe... Also vielleicht habe ich keine Mediapack. Es war in diesem Moment, dass er wusste, dass er aufgemacht hat. Wow, was ist das? Das war pur ist Lack. Ich wollte eigentlich gerade ausgeben mit dem Mediapack holen. Okay, da ist jetzt niemand mehr. Der hat harte Holz. Ey, wenn ich mich nicht... Wenn ich mich nicht ausgeben würde, wäre das so ein geiles Spiel. Also, ein Tipp mal vorweg, nicht zu laut gehen. So. Strunggewehr. Medikit. Kann ich das jetzt auswählen? Ja. 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 Ich muss mich nicht so auswählen. Ich muss mich nicht so auswählen. Okay. Kann ich das nicht direkt benutzen? Ah, okay. Das ist nämlich alles zu stark und play. Play an und spell the ground. Das Ganze blieb ich noch nicht durch, aber es geht. Metall. Gut. Aber warum kann ich immer noch nichts, oder? Oh, ich sollte mich behalten. Ich habe keine Fan-Waffe, glaube ich. Aber da vorne... Oh, der ist auch nicht mitgestorben. Ja, nehmen wir Medipack mit. Ein Stein und ein bisschen Holz und ein bisschen Munition. Und... Die brauche ich nicht, die Raketen. Da brauche ich nichts zum Schießen. Ich mache jetzt einfach so, Yola-mäßig, weil... Uh, hinter mir kommt ganz schön schnell die Wolke. Und ich muss mindestens bis zum Beißen kommen. Wenn ihr das rechts rum auf der Karte seht. Ich werde da hinten in dem Haus ist jemand drin. Ich weiß noch nicht, ob es Fahrzeuge gibt. Kann ich mir aber schon vorstellen. Ich glaube schon. Okay, ich bin schon mal sicher. Zumindest vor der Wand. Für zwei Minuten. Aber ich gehe gleich weiter. Mal schauen, vielleicht entdecke ich ja jemanden. Was ist denn da hinten passiert? Ich höre euch das ganze Loot an. Ich habe jetzt schon... Ich höre dich, ich gehe drauf. Ja, ich habe es überbaut. Nice. Keine Ahnung wie, aber ich habe es erbaut. Soll ich da hingehen? Ich gehe mal da hin. Ich muss da hin. In 30 Sekunden kommt die Wand näher. Okay, hier ist eh niemand. Scheiße. Oh. Okay, Fahrschritten gibt es wohl kaum. Es gibt hier noch schönes. Oh, den nehme ich gerne. Start. Der nehme ich ein Sturmgewehr. Ich gehe mal weiter. Ja, ich gehe mal weiter. Weil sonst... Gehe ich drauf. Groben ist jemand. Verschießen. Nein, ich warte noch. Ich verfolge ihn mal. Ich hoffe, er sieht mich nicht, aber er sieht mich bestimmt. das ist ziemlich genau gewesen nehmen wir das sniper nehme ich gerne mit scharfschützengewehr decken zapp ich weiß nicht was ein decken zapp ist aber ich glaube eine decke oder so nicht steine ja ich brauche sie zwar jetzt eh nicht mehr glaube ich munition warum nicht so hier scheint wohl das ende zu sein wir sehen niemanden aber die 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 snappe die kommt richtig gut hier habe ich gehört ich will nicht behaupten dass ich gut im spiel bin aber ich bin jetzt nicht besonders schlecht dass die erste runde ist da ist jemand also nicht so pro der petz ist wirklich wichtig drei nein wo ok man geht wichtig schnell dauern er hatte gar noch volles leben aber der hat sich richtig gut eingepunkert so 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 Untertitelung. BR 2018